Das Dadis-Tal, oder Dadis-Schlucht, auch französisch Gorsche du Dadis, arabisch, DMGW Détis, liegt im marokkanischen Atlasgebirge zwischen dem Hohen Atlas und der Dejepelsaou-Gebirgskette. Aufgrund des Détis, der durch das Tal fließt, gibt es einige grüne Flecken in der ansonsten eher wüstenhaften Region, die in unmittelbarer Nähe zur Sahara liegt. Dort gibt es auch einige Dörfer. Berber legten im Gebiet einst viele Burgen, Kaspars, an, um sich gegen Feinde zu verteidigen. Insbesondere auch durch die davon übrig gebliebenen Ruinen ist das Gebiet für den Tourismus eine Attraktion.